Korrigieren, Navigieren, Anpassen. Die ständige Herausforderung in unserem Leben. Etwas Grundsätzliches ist, ich habe es ja schon in einigen Audios immer wieder betont, die Veränderung, alles verändert sich stets. Du veränderst dich, du hast ganz sicherlich eine Intention, also ein Wille, dich zu verändern, du bewegst dich, du entscheidest dich und so weiter. Aber die Dinge an sich verändern sich auch. Alles ist in einer stetigen und ständigen Dynamik. Ein ständiger Wandel, also eine große Bewegung, die überall stattfindet. In jedem Objekt, in jeder Situation, in jedem Moment, in jedem lebendigen Organismus ohnehin, aber auch in jedem Stein, in jedem anorganischen Material, also in jedem Element wie Sulfur oder Phosphor oder Gott weiß was. Insofern ist für uns als Menschen die Korrektur, also das Korrigieren und dann das Steuern, das Navigieren und das Anpassen oder das daraus automatisch folgende Anpassen etwas Wesentliches. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir uns mitbewegen oder nicht. Ich betone, ob wir uns mitbewegen oder nicht. Und das bedeutet, die Dinge verändern sich ohnehin. Und du bist eben dann auch in der Veränderung drin, ob dir das bewusst ist oder nicht. Aber den Vorteil, den du als Mensch hast, ist, dass du mit in der Veränderung bist und damit quasi synchron zu der Veränderung etwas bewirkst. Das macht dein Leben aus. Das macht das Potenzial deines Lebens aus, vielleicht sogar Sinn deines Lebens aus, dass du mit d'accord gehst, dass du mit in Übereinstimmung dieser großen oder großen Bewegungen bist, die einfach stattfinden, die automatisch stattfinden, um das nochmal zu sagen. Und das trifft für alle möglichen Lebensbereiche zu, in denen wir sind. Wir müssen ständig etwas korrigieren. Es bleibt nie etwas stehen. Also beispielsweise, du sprichst eine Sprache, du lernst Worte, du lernst Begriffe, du setzt dich mit Begriffen auseinander, du formulierst etwas, du formst deine Sprache, du hast deinen besonderen Sprachausdruck, den du hast und den korrigierst du stets. Nicht nur in der Rechtschreibung oder in der Syntax, sondern in den Korrekturen deiner Möglichkeiten und deiner Bewegungen, damit deine Veränderungen, die stattfinden. Eine Sprache ist stets in einer Korrektur. Und das Navigieren, das Steuern ist ohnehin der Fall. Wo steuere ich hin? Wo geht es hin in meinem Beruf? Wo geht es hin in dieser Beziehung? Wie steuere ich diese Beziehung? Also wie steuere ich zum Beispiel meinen Anteil, den ich in der Beziehung beitrage, mit dieser Partnerin oder diesem Partner? Und wie passe ich mich an? Jemand ist gestorben in der Familie und ich passe mich automatisch an. Wir sprechen ja zum Beispiel auch von Anpassungsstörungen. Also wir haben eine gewisse Zeit, die wir brauchen, um uns anzupassen an den Verlust einer Person, wenn sie gestorben ist. Oder wir passen uns an in einem neuen Beruf. Plötzlich ist ein neues Umfeld da, neuer Arbeitsablauf, neue Anforderungen, die da sind, neue Bereitschaften, Möglichkeiten und all das, eine fremde Umgebung. Und an die muss ich mich gewöhnen und anpassen. Oder ich mache schlichtweg einen Umzug. Und der Umzug bedeutet, ich bin jetzt in einem neuen Haus, in einer neuen Wohnung, in einer neuen Gegend, in einer neuen Stadt, wo auch immer, auf der Welt, irgendwo, wo auch immer. Und ich muss mich anpassen. Wenn ich nicht anpassungsfähig wäre als Mensch, könnte ich ein Leben eigentlich gar nicht erfüllen. Ich könnte das Leben tatsächlich in seinen Anforderungen, die es immer wieder an uns stellt, an mich stellt, überhaupt nicht begehen. Das ginge nicht. Ich muss mich stets anpassen können. Ich muss also auch bereit sein. Ich muss offen sein. Ich muss flexibel sein und in der Flexibilität sehr kreativ sein, um all das eben zu ermöglichen. Es ist etwas Natürliches geradezu, zu korrigieren, zu navigieren und sich immer wieder anzupassen. Etwas ganz, ganz Natürliches, um das nochmal zu betonen. Es ist das, was uns überhaupt als Spezies Mensch ausmacht, wie auch alle Spezies oder alles Lebendige, das es gibt, bis hin zu Pflanzen oder Einzellern, die stets in der Lage sind, etwas zu korrigieren, zu navigieren und anzupassen. Die Sonnenblume dreht sich nach der Sonne, also von morgens, wenn die Sonne aufgeht, bis abends, wenn die Sonne untergeht, um das wunderschön zu beobachten, gerade in dieser Jahreszeit im August, wenn wir diese Sonnenblumen betrachten, auf den Feldern, die sich tatsächlich drehen und anpassen und die Sonne nutzen und ausnutzen, um ein Abbild dieser Sonne in dieser Herrlichkeit, ihrer Farbe und ihrer Struktur zu haben. Alles navigiert ständig, alles passt sich stets und ständig an, alles verändert sich dadurch, durch die Anpassung. Wie viele Lebewesen haben im Laufe der Evolution, wir sind ja nicht die Einzigen, diese paar, vielleicht sind wir 800.000 Jahre alt als Spezies Mensch, aber alle anderen sind teilweise älter, wesentlich älter als wir. Und die haben sich immer wieder angepasst, die mussten sich anpassen an die Bedingungen. Und wenn Bedingungen dann irgendwann mal extrem geworden sind und eine Anpassung nicht mehr möglich war, dann sind sie irgendwann ausgestorben, aber auch nicht schnell von heute auf morgen, es sei denn durch Vulkanausbrüche oder schreckliche Naturkatastrophen, die immer wieder passieren, aber dann in der Regel stetig, weil sie einfach nicht mehr in der Lage waren, ihre Spezifität so anzupassen und so zu verändern und zu korrigieren, dass ein Überleben möglich war. Aber um das auch nochmal zu betonen, viele, viele Lebewesen haben das geschafft, diese stetige Anpassung und Veränderung tatsächlich hinzubekommen, weil sie stets, um das nochmal zu sagen, alles wandelt und alles verändert. Und das eigentlich die Sache an sich ist in der Evolution, wenn wir die Evolution betrachten. Oder die Sache an sich ist im Psychologischen oder im Spirituellen oder egal, wo wir hinschauen. Es stets verändert sich etwas, kein Tag, kein Augenblick ähnelt dem anderen Augenblick und so weiter. Alles ist immer wieder im Fluss. Nichts, absolut nichts ist festgeschrieben. Und da ist auch die große Illusion, die wir oft als Menschen haben an dieser Stelle, weil wir glauben, es sei festgeschrieben, es sei in bleierne Letter gegossen, also in Buchstaben gegossen, Lettern gegossen. Und es ist nicht so. Es gibt zwar eher eine Grundsätze, es gibt eine Verfassung. Ja, es gibt also etwas, was einem immer wieder begegnet und was ähnlich ist und was so Grundwahrheiten sind, die man immer wieder formulieren kann, aber festgeschrieben in dem eigentlichen Sinne oder in dem Sinne der ständigen und stetigen Auslegung und damit Veränderung und Wandelbarkeit und Anpassbarkeit ist immer wieder ganz notwendig. Sonst gäbe es beispielsweise keine Rechtsprechung, die sich immer wieder anpasst an das, was eben meinetwegen im Grundgesetz geschrieben steht, wenn wir das jetzt mal verfassungsmäßig auf eine Demokratie beziehen. Ich muss es immer wieder aktualisieren und neu rechtssprechen und all das. Insofern ist tatsächlich nichts festgeschrieben, sondern es verändert sich stets. Ein einseitiges Verhalten, das kennt jeder von uns. Jeder kennt einseitige Verhalten, also gestern ist mein einseitiges Verhalten wieder mal passiert, wo ich mich habe gehen lassen und in diesem Gehen lassen dann sofort eine Korrektur kam infolge dessen, was einem dann passiert. Dann kriegst du eine Auseinandersetzung und Konflikt und dann ist da ein Händel irgendwo und ja, und wie geht das und wie geht der dann aus und es ging in meinem Fall gut aus und ich habe mich dann korrigiert und angepasst und mal wieder gedacht, oh, guck mal, jetzt hast du mal wieder eine Lernaufgabe gehabt an dieser Sache. Ich muss das jetzt nicht nennen, was das war, um mich nicht zu diskreditieren, aber es ist das, wenn wir ehrlich sind, was jedem jeden Tag immer wieder passiert. Da war ich zu schroff, da war ich zu sanft, da war ich zu blöde, da habe ich mich nicht gleich gemeldet, da hätte ich was sagen sollen, da hätte ich sofort reagieren sollen, da hätte ich eher beobachten sollen und Gelassenheit üben und so weiter und so weiter. Also diese einseitigen Verhaltensweisen, die uns immer wieder passieren, tagtäglich in unserem Leben, ständig und stets, die wir immer wieder anpassen müssen, korrigieren müssen, um uns neu zu entscheiden, um uns neu zu verhalten und das macht ja auch die Essenz aller Lernprozesse aus. Wenn wir genau hingucken, ist das die Essenz der Lernprozesse, die wir als Menschen stets haben und Lernen findet immer wieder statt, immer, in jeder Situation, in jedem Augenblick deines Lebens, von Anfang bis Ende. Andere Beispiele, Krankheiten oder mentale Zustände, psychische, seelische Zustände, die wir haben. So ein ständiges Korrigieren und auch Navigieren, ein Anpassen, ein Entscheiden, ein Umentscheiden, eine Medizin nehmen oder nicht nehmen, einen vielleicht sogar auch aussitzen, um zu sagen, mein Gott, diese Krankheit wird vorübergehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Schnupfen dann kommt und er geht und ich muss da eigentlich gar nicht was machen in dem Sinne und nach ein paar Tagen ist der vorbei oder ich nehme ihm eine Ibuprofen oder ich lasse mich coronamäßig testen, was auch immer das ist, irgendwo. Also immer wieder diese Möglichkeit, etwas zu korrigieren, vielleicht die Operation, die notwendig ist oder eben nicht notwendig ist, all diese Dinge, die passieren, in mentalen Zuständen genauso. Das ist der Grund für Psychotherapie oder eine Beratungsarbeit oder dass man sich überhaupt mal ausspricht bei jemand, dass jemand einem zuhört, dass man sich ausschütten kann, dass man da vielleicht traurig ist und weint, dass Tränen kommen und durch Tränen kommen eine Entlastung und damit ist ein mentaler Zustand, der vormals vielleicht depressiv war oder einseitig festgezurrt und festgefahren, dann plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes flüssig geworden und schon hat sich etwas verändert. Wir sind also in unserem Leben stets unterwegs. Wir schauen, was passiert, was gehen kann, wo eine Grenze ist, wo ich eine Grenze überschreite und wo ich dann wieder zurückgehen muss über die Grenze in den Zustand hinein, aus dem ich komme, weil es zu stark war. Oder ich muss tatsächlich eine Grenze überspringen und komme dadurch in einen neuen Bereich meiner Entwicklung, meiner Persönlichkeitsentwicklung, meiner Veränderung hinein. Die zahllosen Probleme, die wir im Leben immer wieder haben und Konflikte, es ist ganz normal, dass wir Konflikthaftes haben im Leben, damit umzugehen, sich dem zu stellen und damit etwas zu tun, zu machen oder eben es auch zunächst mal stehen zu lassen, zu sagen, es geht von alleine vorbei, was ja auch oft der Fall ist, ist eine Möglichkeit. Also diese permanente Bewegung, die in allen Dingen und Phänomenen unseres Lebens vorhanden ist und damit natürlich die Offenheit, die Bereitschaft, das Interesse, das Interesse an dem Lebendigen, das Interesse an der Bewegung, nichts ist, um das nochmal zu sagen, festgeschrieben und wir glauben das oft, wir denken, ja Gott, das war einmal so und so wird das immer wieder sein. Nichts ist auch in dem Sinne, das habe ich gestern im Audio unterstrichen, wiederholbar. Nichts ist wiederholbar. Es ändert sich immer wieder, obwohl die Dinge natürlich auch ähnlich sein können. Was ist nötig? Was ist wichtig? Was brauche ich jetzt absolut? Was ist eigentlich überflüssig? Was ist zu viel? Was ist überbordend? Was ist mit dem, wo ich dann an allen möglichen Baustellen arbeite und bin und das ist gar nicht notwendig, sondern ich mich auch immer wieder fragen muss, was ist nötig und was ist wichtig, was ist folgerichtig und was eben nicht? Was braucht meine Aufmerksamkeit und vielleicht sogar unbedingt und notwendigerweise und überlebensnotwendiger Weise meine Aufmerksamkeit und was eben nicht? Wie ist der Stand der Dinge? Wo geht es hin? Wo läuft die Sache hin? Was will sein? Was ist meine Schicksalhaftigkeit, der ich mich stellen muss? Da kannst du sehr weit denken spirituell und sagen, so das Karma. Das ist das Karma, das ich jetzt erfülle. Also das testet mich einfach, um zu sehen, wo es lang geht in meinem Leben. Du kannst es aber auch viel einfacher sehen und nicht so verschwurbelt spirituell. Was geht nicht mehr? Wo muss ich mich jetzt wirklich bewegen? Wo muss ich innehalten, Ruhe halten oder im Gegenteil aktiv werden und wirklich etwas tun und meinen Arsch aufreißen, damit endlich was passiert? Damit endlich was passiert. Wie viele Menschen sind in ihrer Trägheit gefangen und sie kommen einfach nicht vorwärts, weil sie schlichtweg nur träge sind. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die hyperaktiv sind und die sich auffressen im wahrsten Sinne des Wortes und verzehren und deren Energie fast verlöscht und wo es dann wichtig ist, zum Beispiel innezuhalten. Was geht oder was geht nicht mehr? Das Leben ist in ständiger Berührung, in ständiger Auseinandersetzung, im ständigen Fluss dem Wandel. Wo laufe ich hin? Welche, und das ist sehr wichtig für uns immer wieder, welche Entscheidungen treffe ich? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Welche Entscheidungen sind notwendig? Und welche kann ich eher vernachlässigen? Was ist jetzt gerade in dieser Unmittelbarkeit, in der Herausforderung meines Lebens, das Ding, was wichtig ist? Was kann ich mir leisten und was kann ich mir nicht leisten? Wie bewerte ich die wichtigen und so bedeutsamen Bewertungen in unserem Leben? Was muss ich unbedingt bewerten und was muss ich nicht bewerten? Was kann ich also in dem Sinne laufen lassen, indem ich es wie ein Film, wie einen wundervollen Film jeden Tag betrachte und einfach ablaufen lasse und mich davon im wahrsten Sinne des Wortes berieseln lasse? Und es ist egal und ich muss nicht agieren, ich muss keine Impulse haben, ich muss nicht sofort etwas tun und dagegen schreien und Widerstand leisten und all das oder mich darin verlieben, sondern ich lasse einfach ablaufen. Das Leben ist ein herrlicher Film, der abläuft, den man anschauen kann und den man oft zurücklehnend wie in einem guten Kino, in einem durchlüfteten Kino oder in einem warmen Kino-Plüsch-Kino-Plüsch-Sessel eben anschauen kann. Da muss ich nicht agieren. Ich muss nicht nur Aktionen und schon gar nicht in blinden Aktionismus verfallen, sondern ich kann es betrachten. Es läuft ab wie ein Film, automatisch. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Bewertungen, bei denen es sehr wichtig ist, präsent zu sein und sehr schnell zu bewerten. Und damit auch sehr schnell zu reagieren. Also das im Leben einigermaßen hinzubekommen, wo muss ich schnell eingreifen und agieren und wo ist das eher ein Selbstläufer, diese ständige Aktion, das verwickelt und verstrickt sein und all das und es muss überhaupt nicht sein, sowas. Also das sind wichtige Sachen. Bewertungen, Deutungen, Umdeutungen und so weiter. Wir könnten jetzt diesen Artikel immer weiterführen, aber ich denke mal so, das Essentielle, bezüglich der Thematik, korrigieren, navigieren, anpassen. Die ständige Herausforderung ist gesagt worden und du kannst dir selber deinen Reim drauf machen und diesen Anstoß bekommen, dich damit auch mal wieder auseinanderzusetzen. Danke schön. Vielen Dank.